Gottesfurcht, die Gabe der Gottesfurcht. Ich habe das eigentlich nie verstanden. Denn fürchten, ich will mich doch vor Gott gar nicht fürchten, ich will ihn lieben. Und Gabe, was soll das eigentlich bedeuten? Ja, darum habe ich auch mich sehr gefreut, über dieses Thema heute mit dir zu sprechen. Im Buch der Weisheit heißt es, dass die Gabe der Gottesfurcht der Beginn der Weisheit ist. Aber was ist denn eigentlich mit Beginn gemeint? Ist das so wie mit dem Laufen der Kinder, die ganz langsam beginnen, dann immer schneller werden und vielleicht sogar einmal den Weltrekord von 44,72 kmh pro Stunde? Der schnellste Mensch der Welt hat diesen Rekord aufgestellt. Nein, mit Beginn ist nicht ein allmähliches Beginnen gemeint, sondern das Fundament, die Grundlage selbst. So wie man bei einem Haus ein Fundament legt, auf dem alles andere aufbaut. Und so auch die Gottesfurcht, auf der alle anderen Gaben des Heiligen Geistes aufbauen. Warum ist sie so wichtig? Sie ist die Online-Verbindung mit Gott. In unserer Sprache verstehen wir das so gut. Ohne Online geht gar nichts. Kann ich nichts nutzen von dieser wunderbaren Welt, die mir die Server zur Verfügung stellen. Gott ist dieser große Andere, von dem mir so viel geschenkt werden kann und zu dem ich eine Beziehung haben kann. Aber ohne Verbindung kann ich nichts empfangen. Die Gottesfurcht stellt diese Verbindung her. Schauen wir jetzt noch ein wenig tiefer in diese wunderbare Gabe hinein. Ist sie etwas Natürliches? Nein. Natürlich haben wir Furcht vor einem Rottweiler, der mir entgegenläuft mit bissigen Zähnen. Dazu brauche ich keine Gabe. Die Gabe, diese Verbindung mit Gott verlieren zu können oder diese Verbindung mit Gott wehtun zu können, darin besteht die Gabe. Und diese herrliche Gabe hat zwei Standbeine. Und beide sind wichtig. Erstens. Sie ist diese Furcht, dass Gott eines Tages zu mir sagen könnte, wie es im Evangelium heißt, wie Jesus zu einigen sagt, geht weg von mir, ich kenne euch nicht. Und das waren Leute, die glaubten, ja, viel in seinem Namen zu tun, aber sie hatten keine Verbindung zu ihm. Sie haben ihn nur mit dem Kopf, aber ohne Herz bekannt. Und davor habe ich Furcht. Ich will, dass mir das nicht passiert. Denn ich will mit Gott verbunden sein. Das ist eine Gabe. Und dann gibt es noch eine zweite Form, die viel tiefer gilt, die noch viel inniger ist und die diese Liebesbeziehung mit Gott im Innersten ausdruckt. Sie ist die Furcht, diesen Gott, der mich so sehr liebt und den ich liebe, weh zu tun. Wenn jemand natürlich liebt, wenn jemand die natürliche Liebe kennt, dann weiß er, weiß ich hier meiner. Wenn ich jemanden wirklich liebe, will ich ihm nicht wehtun. Bin ich achtsam, sorgsam, diese Liebe zu behüten, alles zu tun, um sie nicht zu verletzen. Das ist die höchste Form der Gottesfurcht. Und sie ist dann eigentlich auch nicht mehr eine Furcht, wie wir dieses Wort natürlich verstehen, eine Ängstlichkeit, so von, ich bin ganz nervös die ganze Zeit besorgt. Nein, es ist ein Ausdruck der Liebe. Ein wahrer Ausdruck echter Liebe. Und vielleicht wie niemand anderer hat das Johannes von Kreuz in einem seiner Gedichte gesagt, wo er schreibt. Mit einem Bild möchte ich schließen, was die Wellen für einen Surfer sind, was der Wind für einen Paraglider ist. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes für einen Christen. Du kannst dich von diesen Gaben nur tragen lassen. Du kannst sie nicht machen, du kannst sie nicht produzieren. Aber du darfst darum bitten. Ich lade dich ein, lade mich selber ein, lade euch alle ein, dass wir um die Gabe der Gottverbundenheit bitten. Das ist es, was uns die Gabe der Gottesfurcht schenken möchte. Euch viel Freude auf der Suche nach diesen Gaben. Komm, heiliger Geist!